Hallöle zusammen und willkommen zurück zur Kryptografie. Heute geht es richtig los mit dem Mac-Elise-Verfahren. Und zwar, ja, es geht natürlich wieder mal, wie jedes Verfahren brauchen wir GAN, ENG und DEC, die drei mega wichtigen Algorithmen, die sich jedes Mal ändern. Okay, GAN liefert mir in diesem Fall einen Public Key und einen Secret Key, wie immer natürlich auch. Und die sind jetzt allerdings nicht irgendwelche Zahlen, sondern dieses Mal handelt es sich um Matrizen. Okay, ich schreibe es einfach direkt mal hin. Der PK wird G' genannt, wobei G' gleich, Achtung, Matrizen kann man auch so unter sich miteinander multiplizieren. S mal G mal P. So, jetzt fragt ihr euch wahrscheinlich, what the fuck, S, G, P, was ist das? Das werde ich euch alles erzählen. Allerdings vorher noch zum Secret Key. Hier packen wir die ganzen Matrizen einfach einzeln rein. Also S, G und P. Achtung, die sind nicht irgendwie zusammen multipliziert oder sowas. Der Secret Key speichert einfach alle Matrizen einzeln. Okay, so, ganz wichtig. Okay, was wir jetzt noch brauchen, ist die Erklärung, was S, G und P sind. Und die bekommt ihr jetzt. G ist eine Goppa-Code-Matrix. Normalerweise zumindest. Also es wurde vorgeschlagen, dass man Goppa-Code-Matrizen benutzen kann, weil die toll sind und man kann sie schön invertieren. Also quasi, invertierbare Matrizen bedeutet folgendes. Also G mal die invertierte Matrize davon, also G hoch minus 1, liefert mir meine Einheitsmatrix. Also nur Nullen, außer auf der Diagonalen von der Matrix. Gucken wir uns das Ganze nochmal an. Die Diagonale einer Matrix liegt hier. Normalerweise haben wir hier dann so eine quadratische Matrix, aber in dem Fall leider nicht. Die Diagonale einer Matrix hat dann Einsen und der Rest ist Null. Also das ist die Einheitsmatrix, wenn ihr die Goppa-Code-Matrix und das Inverse der Goppa-Code-Matrix aneinander multipliziert. Die schreibt sich normalerweise mit I am Ende. Also I, so. Okay, es wurde vorgeschlagen, wie gesagt, dass man Goppa-Code-Matrizen benutzt. Die hat irgendein schlauer Mathematiker entwickelt und da will ich jetzt eigentlich auch nicht genauer drauf eingehen. Sie sind nur invertierbar ohne Probleme, das ist ganz wichtig. Und was sie auch können, sie können T-Fehler korrigieren. Da hatten wir letztes Mal drüber gesprochen, was das bedeutet, Fehlerkorrektur. Genau. So, es ist jetzt eine K-K-K-Matrix. In dem Fall muss ich leider das X hier benutzen. K-K-K-Matrix bedeutet, sie hat K-Zeilen und K-Spalten. K ist in dem Fall eine Variable, stellt euch einfach vor. Sie hat sieben Zeilen und sieben Spalten. halt andersrum sieben zeilen und sieben spalten und ist somit auch quadratisch okay die muss auch invertierbar sein nennt sich scrambler matrix ich schreibe es gerade mal in scrambler matrix invertierbar gobercode matrizen sind auch invertierbar aber das muss ich nicht extra hinschreiben die scrambler matrix muss auch invertierbar sein weil wir es dringend brauchen so und p ist eine n kreuz n matrix Und zwar eine ganz besondere matrix nämlich eine permutations matrix die leute die matte gehört haben wissen wahrscheinlich was das ist eine permutations matrix für die dies nicht gehört haben die vertauscht einfach zeilen und spalten wenn man sie irgendwo dran multipliziert also wenn ich jetzt dieses p das kann für euch ruhig abstrakt bleiben das ist nicht so schlimm wenn dieses p ich also wenn ich jetzt hier zum beispiel eine matrix habe dieses g von dem hemming code und ich multipliziere mein p dran meine permutations matrix dann vertausche ich hier einfach ein paar zeilen miteinander oder ein paar spalten je nachdem okay und die sind auch immer invertierbar das ist alles kein problem gut so und jetzt multipliziere ich die alle aufeinander das funktioniert ohne probleme und was ich bekomme ist mein g strich und dieses g strich das lässt sich aber nicht mehr leichter wieder raus machen also matrizen aneinander multiplizieren habe ich euch letztes mal auch zum teil erklärt wie das funktioniert stellt euch einfach vor ihr habt dann halt nicht nur ein vektor den ihr dran multipliziert sondern ihr habt mehr als nur ein vektor ihr habt ein vektor mit zwei zeilen sozusagen oder zwei spalten je nachdem und ihr bekommt dann halt auch hier zwei zeilen beziehungsweise zwei spalten als ergebnis raus was wieder eine matrix ist Ihr könnt es gerne mal durchprobieren ist im prinzip funktioniert genauso wie wir das letztes mal gemacht haben Ok das ist der generierungs algorithmus der gen algorithmus und wenn wir jetzt verschlüsseln wollen dann brauchen wir den public key und die nachricht m wobei die nachricht m die länge also wieder mal ein bit natürlich gemessen die länge k hat also kbit matrix ok so und was wir jetzt machen ist wir generieren uns einen vektor e kbit zufällig aus 0 1 hoch n was dieses hoch n bedeutet ist einfach er ist ups er ist n bit lang ok also der weg oder n bit groß sozusagen oder n einträge groß in dem fall das heißt wir haben einen vektor der n bit groß ist also nicht 2 oder 3 als kleiner vergleich dieser vektor hier ist 3 also aus 0 1 hoch 3 gezogen während dieser hier aus 0 1 hoch 7 ist also der hier hat sieben einträge der jahr 3 einträge ziemlich easy eigentlich ok und jetzt können wir diesen vektor e benutzen und mit dem können wir magie machen allerdings muss er noch was erfüllen der braucht noch ein gewisses gewicht mit gewicht t dieses t ist dasselbe t wie das t hier oben ok ganz wichtig das heißt wir generieren sozusagen ein fehl ein ja fehlervektor ich habe schon gesagt mit einem gewicht t und so viele fehler können korrigiert werden von unserer gopa code matrix denn so haben wir die ja gerade gewählt die gopa code matrix und ansonsten ist der vektor eigentlich völlig zu also komplett zufällig was das hier im prinzip bedeutet ist wir wählen ein vektor der komplett null ist und zwar n mal null außer an t stellen an t stellen hat dann eine 1 stehen das ist im prinzip das was da steht und was wir jetzt hier zurück geben ist wir sagen y geben wir zurück als als vektor oder am besten wir nennen es wieder schiffrat c tut mir leid ist ihm ist die nachricht m mal g strich das ist ja unser public key hier also unser g strich ist unser public key und wir machen diesen fehler drauf dieses drauf träufeln vom fehler führt dazu dass hier ein bisschen was kaputt geht und das ist ziemlich cool eigentlich so und jetzt müssen wir nur noch den entschlüsselungsalgorithmus machen und verstehen was da überhaupt passiert denn jetzt haben wir leider nicht so ein schönes mathematisches etwas was man wieder hin und her rechnen kann und wir bekommen dann wieder was wenn übrigens aussteigt ist es nicht schlimm es gibt danach noch digitale signaturen also das heißt das hier schon sehr fortgeschritten und digitale signaturen solltet ihr dann wieder hören denn die sind wieder wichtig ok genau wo war ich stehen geblieben wir haben den entschlüsselungsalgorithmus der braucht wie immer den secret key und mein schiffrat c so was wir jetzt machen ist folgendes als allererstes multiplizieren wir an unser schiffrat c die inverse permutationsmatrix dran also p hoch minus 1 quasi dass wir dieses hin und her schieben von den zeilen und spalten wieder rückgängig machen was wir hier kaputt gemacht haben ihr erinnert euch das haben wir als letztes hier dran multipliziert das machen wir jetzt wieder kaputt was dabei rauskommt was dabei rauskommt ist folgendes nämlich die nachricht m also immer noch nicht ganz klartext aber schon wieder ein bisschen entschlüsselt her mal g' plus den fehler also wenn wir jetzt einfach nur für c hier einsetzen plus den fehler den wir hatten mal p hoch minus 1 so aber jetzt kann ich das noch weiter auflösen denn dieses p hoch minus 1 das kann ich das sollte ein mal sein kein plus das kann ich rein ziehen wie bei der normalen multiplikation auch das heißt im endeffekt kann ich das an beide seiten dran multiplizieren also so und so und die klammern kann ich dann weglassen gut was jetzt aber hier steht ist folgendes e mal p hoch minus 1 naja gut wissen wir nicht was das ist ist einfach ein e strich das hat ja unser verschlüssel gewählt und damit können wir eigentlich nichts anfangen aber mit m mal g strich mal p hoch minus 1 können wir was anfangen denn wenn wir dieses p hoch minus 1 auf dieser seite dran multiplizieren dann hebt sich das gerade mit diesem p von hier auf das heißt statt g strich mal p hoch minus 1 steht hier am ende einfach noch s mal g warum ich die dinge übrigens groß schreibe matrizen schreibt man normalerweise immer groß und ja ok jetzt steht hier noch m mal s mal g ok wir sind aber im secret key und im secret key haben wir auch s und g das heißt ich kann einfach hier weiter dran multiplizieren wenn ich jetzt das also habe diesen teil dann kann ich hier noch mehr dran multiplizieren ich schreibe jetzt gerade hier unten weiter ähm return das da das wissen wir ja wie wir es kriegen und jetzt multiplizieren wir hier halt stopp bevor wir was dran multiplizieren beheben wir erstmal den fehler denn unsere gopper code matrix die kann ja t fehler korrigieren ja und e strich hat auch t fehler genau wie e e strich ist einfach nur hat die t fehler an anderen stelle als e aber die können wir korrigieren denn wir haben wir eine fehler korrektur matrix hier gewählt nämlich für t fehler und dieses e strich fällt somit einfach weg so und stehen bleibt m mal s mal g also ich schreibe das gerade mal noch hierher korrigiere fehler und dann haben wir m mal s mal g und jetzt multiplizieren wir da jeweils das inverse dran m g hoch minus 1 mal s hoch minus 1 so okay und was dabei rauskommt ist natürlich m denn so ist ja gerade m entstanden ja so funktioniert das ganze verfahren von mac elise zumindest das grundverfahren Achtung das ist erst cpa sicher noch nicht cca sicher das kommt noch das werden wir noch machen ok warum ist das ganze jetzt cpa sicher naja jemand der das hier raus findet der hat die permutations matrix nicht und deswegen muss er alles brute forcen der arme kerl und was dabei rauskommt ist ein ziemlich krasses ding also syndrom kalkulierung und so weiter und so fort ähm kleiner einblick wie krass das ist wenn wir hier n also die größe meiner permutations matrix wenn ich die auf 1024 setze und t auf 50 fehler dann gibt es circa 2 hoch 64 möglichkeiten aber ich kann natürlich auch alles größer machen ich kann auch 2048 und 100 fehler korrektur ähm kann ich machen und dann ja steigt das ganze ziemlich krass das heißt der muss da einiges brute forsten und ist dann nicht wirklich gut dabei also effizient möglich ist es nicht ok ich hoffe es hat euch gefallen das verfahren und wie gesagt das ist eines der wenigen verfahren die wahrscheinlich auch ähm für quantenrechner sicher sind und ja ich hoffe es hat euch gefallen wie gesagt und wir sehen uns beim nächsten mal bis dann ciao ciao